Hochspannung in der Polizeidirektion Kärnten. In der Vorwoche wurden die Sicherheitsstufen massiv erhöht. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden rund um die Landespolizeistation stationiert. Der Grund? Ein unbekannter Brief hat die Polizei über einen möglichen Anschlag gegen die Polizeidirektion informiert. Der Kärntner Polizeisprecher meint, es sei zwar nichts passiert, trotzdem wird intensiv ermittelt, um den Verfasser des Schreims zu identifizieren. Was der Unbekannte mit dem Schreien bezwecken wollte, wird noch untersucht. Bereits Anfang März ist siebenmal ein Warnruf an die Kärntner Polizei gemeldet worden, weil an verschiedenen Schulen Bombendrohungen verschickt wurden. Jedoch stellte sich wenig später die Situation als ein Fehlalarm heraus. Bislang ist immer noch nicht geklärt, wer für die Serie an Drohbriefen verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen sind dazu noch nicht abgeschlossen. Erst Ende Juni sollen drei Jugendliche einen Anschlag auf die Regenbogenparade in Wien beabsichtigt haben. Die Verdächtigen wurden kurz vor Beginn der Veranstaltung bei einer Hausdurchsuchung festgenommen und nur kurze Zeit später wieder freigelassen. Der Veranstaltung bei einer Schreimbarung in Wien befürchten. Die Veranstaltung von einem Stesnitzel war schweigen. Die Veranstaltung bei einer Schreimbarung in den Lager dafür verantwortlich sein.